Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, bleibt immer schön fair in den Kommentaren, es ist nur eine Prognose und hat nichts mit der Realität zu tun. Los geht's mit Köln gegen St. Pauli und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Der FC St. Pauli konnte sich zuletzt in einer spektakulären Partie durch zwei Treffer von Alex Meyer und einem von Sami Alagui mit 3 zu 2 gegen Union Berlin durchsetzen. Gegen ihren 1. FC Köln sah es aber lange Zeit nicht gut aus, in der Anfangsphase gehörte den Geistböcken das komplette Spielfeld. Sie konnten machen mit den Gästen, was sie wollten, sie waren richtig heiß, nachdem das Spiel gegen Union verloren ging und das Spiel gegen Aue abgesagt wurde, hatten sie hier richtig Wut im Bauch. Und Tiroli konnte dann in der 41. Spielminute auch das 1 zu 0 erzielen, 23. Saisontor für den Stürmer und dann auch mal der FC St. Pauli, wie aus dem Nichts fasst der Ausgleich. Alex Meyer trifft in der 45. Spielminute jedoch nur den Pfosten. Zweiter Durchgang, weiterhin die in weiß gekleideten Kölner deutlich besser, Carstens kann es nicht richtig klären und George Meyer, aufgerückter Innenverteidiger, verzieht den Ball dann um einen Meter. Trotzdem weiterhin die Kölner besser aufgelegt. 66. Spielminute, sie hätten es schon lange entscheiden können, vielleicht sogar entscheiden müssen. Marcel Risse rechts außen scheitert hier an Himmelmann, der gut reagiert und Glück hat, dass der dann am Pfosten vorbeiging. Der anschließende Eckschuss aber ebenfalls mit Gefahr. Geis ist das. Spielt den Ball auf den ersten Pfosten, da ist Simon Tiroli, Doppelpack, 67. Spielminute, 24. Saisontor jetzt. Buballa und Himmelmann behindern sich da gegenseitig, aber dann wachte auch die Mannschaft von Kauczynski nochmal auf. Sobotta in der 77. Spielminute mit dem 2 zu 1. Kleiner Fehler von Horn beim Abwerfen, Mehre bekommt den Ball nicht, aber er sollte sich nicht mehr rächen. Oder etwa doch? Möller-Dehli nochmal, ist das über die Außenbahn? Alagui, nein. Die letzte Möglichkeit vergibt hier Samy Alagui gegen Timo Horn. Der 1. FC Köln hätte sich fast noch die Butter vom Brot nehmen lassen, aber es ist auf jeden Fall verdient, dieses 2 zu 1 am Ende. Und damit erobern sie Platz 2 zurück. Wir schauen auf die Tore beim Spiel Regensburg gegen Bielefeld. Da konnte Fabian Klos in der 57. Spielminute das 1 zu 0 für die Gäste erzielen. Da wurde er gut freigespielt und Philipp Pentke wird dann aus der kurzen Distanz keine Chance mehr gelassen, so wie man Fabian Klos kennt. Es gab dann in der 75. Spielminute Strafstoß für die Gastgeber, ein Foul von Brian Behrendt. Und dann hatte Grötner die Möglichkeit gegen Stefan Ortega Moreno das 1 zu 1 zu erzielen. Er scheiterte und quasi direkt im Gegenzug erzielte Andreas Vogelsammer in der 84. Spielminute die Entscheidung auf der anderen Seite. Vorm Gästeblock schlägt er zu, lässt auf Philipp Pentke abermals keine Chance im 1 gegen 1. Und Bielefeld bleibt der Glücksträhne treu und gewinnt mit 2 zu 0. Sollte es für Bochum wirklich noch einmal was werden mit dem Aufstieg, dann muss heute gegen Paderborn auf jeden Fall der Dreier her. Zuletzt stellte man sich extrem schlecht an im Spiel gegen Sandhausen. Hier hatten sie aber die bessere Anfangsphase und Lukas Hinterseer hatte auch in der 9. Spielminute den ersten Treffer schon auf dem Fuß. Schießt mit dem linken Bein, aber dann noch recht knapp am Kasten vorbei. Aber Bochum blieb dran, auch die Anfangsphase gehörte hier komplett den Gastgebern. Und dann konnte auch Lukas Hinterseer in der 12. Spielminute das 1 zu 0 erzielen. 12. Saisontor, Leopold Zingerle überwunden. Paderborn muss ja unter der Woche noch im Pokal gegen Duisburg ran, aber da waren sie erfolgreich. Und Gay sticht hier dann auch zu vor der Pause. 45. Spielminute, sein 6. Saisontor. Der Gästeblock durchaus gut gefüllt, ist ja keine allzu lange Reise. Und so springen wir dann in den zweiten Durchgang. Paderborn wollte unbedingt den Dreier mitnehmen. Sven Michel mit dem Abschluss, aber kein Problem für Manuel Riemann. Jetzt wurde zum Schluss Bochum nochmal stärker. Das ist Sidney Samnick zurück. Lucia Zoller hat die Übersicht auf Tom Weiland. Aber Leopold Zingerle passt auf und kann den Gang ganz einfach zum Eckball abwehren. Aus dem resultierte dann nichts, aber der VfL Bochum machte da eine wirklich gute zweite Hälfte. Viertelstunde noch knapp zu spielen. Danilo Suárez, Tesche, Hinterseer und Simon Zoller mit dem absoluten Traumtor oben rechts in den Winkel. Zweites Saisontor für ihn, 75. Spielminute. Und die Frage war, konnte Paderborn nochmal zurückstechen? Sie hatten nochmal die Möglichkeit. In der 90. Minute Hünemeyer gegen Danilo Suárez. Hünemeyer nochmal mit dem Kopfball, aber dann war Riemann da. Und das war dann auch das Ende. Bochum gewinnt mit 2 zu 1 am Ende des Tages. Geht das auch in Ordnung, auch wenn Paderborn sicherlich einen Punkt verdient gehabt hätte für diesen starken Kampf. Nachdem Union Berlin verloren hatte gegen den FC St. Pauli, wollten sie gegen Sandhausen das Ganze wieder auf Gutmachung stellen. In der 50. Spielminute konnte dann Sebastian Andersson, Polter Vertreter, auch das 1 zu 0 erzielen. Da hatte Schuhn keine Chance. Nur 7 Minuten später auch das zweite Tor von Sebastian Andersson mit dem Doppelpark. Hier lässt hier Schuhn aus kurzer Distanz keine Chance. Der hat keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Aus knapp 5,5 Metern kriegt er den direkt auf den Körper und kommt da nicht mehr ran. Und Akaki Gogia entscheidete die Partie letztendlich in der 77. Spielminute komplett. 3 zu 0. Ein schöner Volley, den er hier an den Tag legt, beziehungsweise ein schöner Dropkick. Und auch da war nichts zu halten. Union Berlin gewinnt nach Pleite gegen den FC St. Pauli mit 3 zu 0 gegen Sandhausen. Bei Greuther Fürth läuft es überhaupt nicht rund gegen den MSV Duisburg. Starteten sie aber gut rein. Das ist Julian Green in der sechsten Spielminute mit dem 1 zu 0. Da steht Gerrit Naubart zwar auf der Linie, kann dann aber nichts mehr dagegen tun. Will auch kein Handspiel riskieren und dann währt er den Ball ins eigene Tor ab. Aber im zweiten Durchgang wurde dann Duisburg stärker und Burchard mit diesem dicken Bock direkt mit dem Abroller auf Kevin Wolze. Sein Vormann passte nicht auf. Sauer unter anderem mit in der Szene beteiligt, aber der Fehler liegt hier eindeutig bei Burchard. Das hätte er sehen müssen, das 2 zu 1 dann für Duisburg in der 77. Spielminute. Havard Nils nach dem Pfostenschuss von Ulivera Sosa staubt dann einfach nur noch ab. Und das ist auch das Endresultat. Greuther Fürth verliert nach der Entlassung von Damir Buric zunächst mit 1 zu 2 gegen Duisburg. Darmstadt startete schwach in diese Partie. Robert Glatzel mit dem 1 zu 0 in der fünften Spielminute für die Heidenheimer Gäste. Die konnten ja den Riesen-Kuh landen gegen Leverkusen. Leverkusen zogen sie ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Was war mit Darmstadt los? 3 zu 2 gegen Duisburg verloren zuletzt am letzten Freitag. Sie schlugen dann in der 37. Spielminute, aber in Person von Neuzugang Sören Bertram zu zum 1 zu 1. Da war dann für Kevin Müller gar nichts mehr zu halten. Aber das war auch das Ende des Liedes an diesem Nachmittag oder an diesem Mittag. Darmstadt und Heidenheim trennen sich nur 1 zu 1. Aue musste ja zuletzt darauf verzichten gegen den 1. FC Köln anzutreten. Das Spiel fiel aus aufgrund von zu starken Schneefällen gegen Ingolstadt, die 0 zu 1 gegen Magdeburg verloren. Sahen sie aber erstmal in der Anfangsphase besser aus. Die erste Möglichkeit gehörte den Gastgebern Schauner aber mit der Parade. Trotzdem nochmal die Pfeilchen hier. Ioa, 26. Minute, scheiterte dann auch von Ingolstadt. War relativ wenig nach vorne zu sehen. Wir sind schon in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Plädel legt sich den Ball zurecht für einen Eckstoß von der rechten Außenseite. Knapp auf den Elfmeterpunkt getreten und dann ist Dario Lescano da. Fünftes Saisontor. Unter höchst glücklichen Umständen findet der Ball den Weg ins Tor. Männle kommt nicht schnell genug runter. Etwas über eine Stunde gespielt. Dann dieser Fehler im Aufbau. Kempe fängt den Ball ab. Emanuel Ioa kann es ausnutzen. Bekommt den Ball von Kempe rüber gespielt. 63. Spielminute. Und die Gastgeber waren wieder die hochverdiente 1 zu 1 Belohnung für die Pfeilchen. Aber dann auch wieder Dario Lescano in der Mitte von Plädel bedient. 70. Minute. Die Gäste gingen wieder in Führung und jetzt wollte es Aue wissen. Der Dreier wäre durchaus verdient gewesen. Aber man muss auch erstmal das 2 zu 2 erzielen. Jan Hochscheid aber scheitert an Schauner. Der fängt den Ball dann doch relativ einfach ab. Jetzt gab es mehr Platz und mehr Räume für die Gäste aus Ingolstadt. Krause, Plädel gut durchgesteckt. Dario Lescano zum dritten, 87. Spielminute. Und das war das Endresultat. Extrem bitter für Aue, die hier mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten, hatten die besseren Chancen auf der Haben-Seite. Aber sie konnten sie nicht verwandeln. So verlieren sie zu Hause 1 zu 3 gegen den FC Ingolstadt. Der 1. FC Magdeburg hatte Holstein Kiel zu Gast am 21. Spieltag. Und bei der Elf von Michael Oerning läuft es aktuell richtig gut. Zuletzt sogar gegen Ingolstadt im Abstiegskrimi mit 1 zu 0 gewonnen. Vierte Spielminute. Sie hatten auch die erste Möglichkeit. Von der linken Seite kommt der Eckstoß ganz gut reingetreten. Preisinger ist auch da mit dem Kopf. Das kann ihn aber nicht gefährlich aufs Tor bringen. So dass Kronholm den Ball über die Latte hinweg schauen kann. Knappe Viertelstunde gespielt. Immer wieder Standardsituationen, die für Gefahr sorgen. Das ist dem, der zum kurzen Eckstoß kommt. Und der sieht Wahl in der Mitte. Und der macht das 1 zu 0. 15. Spielminute. Erste Saisontor für den Innenverteidiger. Ist da viel zu frei zum Kopfball gekommen. Und macht das Ding so rein. Halbe Stunde jetzt knapp gespielt. Die Kieler Störche fahrten besser jetzt in die Partie. Vandenberg mit der Flanke. Meffert mit dem Kopfball. Loria ist aber da und hält den Ball fest. Wir springen in den zweiten Durchgang. Magdeburg wollte unbedingt ausgleichen. La Prevot ist das. Legt raus. Lokemper. Beck kommt nicht durch. Weil Wahl der Torschütze aufpasst. Hätte in der Mitte sonst auch Freistoß geben können. Der Vorteil wurde gegeben. Aber da nicht ausgenutzt. 20 Minuten nur noch auf der Uhr. Kiel machte es jetzt in der Folge dieser Szene, die wir eben noch gesehen haben, besser. Und in der 70. Minute hatte Kingsley Schindler hier die Möglichkeit zur Vorentscheidung. Aber trotzdem, die brauchten sie nicht mehr. Ja, sie hatten hier nochmal die Möglichkeit. Mühling mit der Doppelchance. Aber scheitert wieder an Loria. Trotzdem gewinnen sie. Magdeburg kam am Ende nicht mehr zu einem gescheiten Angriff. Verlieren mit 0 zu 1 gegen Holstein Kiel. Die haben aber auch extrem abgeklärt und super gespielt. Der Hamburger Sportverein startete eigentlich nicht schlecht in die Partie gegen Dresden am Montagabend. In der 37. Spielminute erlaubte sich aber Pollersbeck einen kleinen Fehler. Linus Wahlquist mit dem Kopfball setzt das Ding rein. Der geht direkt auf den Mann. Den muss einen Mann wie Pollersbeck eigentlich haben. Mit seiner Qualität ist das einer, den er locker anfängt. Aber dann gab es auch einen Fehler bei Dresden. Ein katastrophaler Rückpass, auf den Luis Holpi wohl gewartet hatte. Und mit seinem schwächeren rechten Fuß zieht er den oben rechts rein. Für Schubert ist nicht zu halten. Es stand 1 zu 1 und es war wieder alles drin in der Schlussphase. Und Berkay Özkan, der auch schon den D4-Pokaleinzug ins Viertelfinale gesichert hatte, machte hier dann auch den 2 zu 1 Siegtreffer klar. 84. Spielminute. Schubert kann es nicht mehr verhindern. Zum Abschluss des 21. Spieltages gewinnt HSV 2 zu 1. Freitagabend und der Tabellenführer aus Osnabrück empfing Sonnenhof, Groß Asbach und die verloren zuletzt 0 zu 1 gegen Lotte durch einen Treffer in der 90. Spielminute. Das war extrem schmerzhaft und hier war es nicht unbedingt einfacher gegen den VfL. Die sind ja richtig gut drauf. Auf die erste Möglichkeit hatte hier Renneke nach gerade mal 4 Spielminuten. Der Kopfball war dann aber doch etwas zu schwach platziert. Aber auch Groß Asbach wagte sich dann mal aus der eigenen Deckung. Diese Flanke auf Jamil Dehm und der macht tatsächlich das 1 zu 0. Erste Torchance für die Gäste. Und die Führung wurde dann rausgeschossen. Aber nochmal Groß Asbach in der Bedrängnis hinten. Broll muss sich auszeichnen. Der beste Mann eigentlich bei Groß Asbach. Dauerdruck für die Verteidigung. Dann gab es in der 50. Spielminute den Strafstoß. Julian Leis, der Käpt'n, leistet sich den Fehler und die Möglichkeit zum 1 zu 1. Benjamin Gürt nimmt sich der Sache an und er zielt den Ausgleichstreffer. Viertes Saisontor, 51. Spielminute und er hat jetzt schon mehr Tore in der dritten Liga als in einer kompletten Hinrunde in der zweiten. Viertelstunde noch zu spielen. Jetzt ist Mark Heider da. Und Osnabrück konnte sich endlich den Lohn abholen für eine super Partie. Der Tabellenführer glaubte immer dran mit den Fans im Rücken. Und jetzt konnten sie sich belohnen. Und für Groß Asbach brach jetzt eine Welt zusammen. Zumindest der Punkt wäre lange denkbar gewesen, aber dann ging es da hin für sie. 84. Minute, Benjamin Gürt, Doppelpack. Sieht auf der Linie dann auch nicht mehr ganz so glücklich aus. Und sie hat noch nicht genug. Nochmal, Uahim, Heider, Benjamin Gürt, Dreierpack. Sechstes Saisontor, 88. Spielminute. Und auch in der Höhe, das 4 zu 1 geht absolut in Ordnung. Groß Asbach hatte fast keine Tormöglichkeiten, außer eben diesen Treffer von Jamil Dehm. Den konnten sie nicht über die Zeit retten. Osnabrück gewinnt hochverdient mit 4 zu 1 und festigt damit die Tabellenführung. Es läuft in dieser Saison einfach nicht für den 1. FC Kaiserslautern. Und man müsste eine Riesenserie hinlegen, um jetzt noch den Aufstieg zu schaffen. Aber auch gegen Halle, die ja auch gut in der Saison sind, beziehungsweise deutlich besser in der Saison sind, wurde es hier auch nicht einfacher. Grill musste sich direkt mal in der Anfangsphase auszeichnen und weiterhin die Hallenser besser in der Partie. Das ist Matthias Fetsch. Sick hingerwert vor die Füße von Tobias Schilk ab. Und es stand 1 zu 0 für die Gäste. Erste Saisontor für den Außenverteidiger. Gegen die Laufrichtung von Grill. Der bekommt dann die Arme nicht mehr hoch und der geht direkt über seine Schultern hinweg. Und es war wirklich schwer für Kaiserslautern, sich hier Chancen zu erarbeiten. Sie waren nicht kreativ genug und Halle verteidigte das super und ließ nahezu nichts zu. Schilk schickt dann mal hier sein Mitspieler auf die Reise. Das ist Bentley-Baxter-Bahn. Und wieder muss Grill eingreifen. Der beste Mann auf Seiten der Roten Teufel. Und Glück, dass es noch weiterhin nur 0 zu 1 stand. Denn Halle war richtig gut aufgelegt. Wir springen in den zweiten Durchgang und weiterhin Halle die klar bessere Mannschaft. Pascal Sohm auf Manu. Der kriegt von hinten zu wenig Druck. Die Flanke auf den zweiten Pfosten. Und Tobias Schilk auch immer wieder nach vorne unterwegs. Trifft hier nur das Außennetz in der 49. Spielminute. Grill wäre aber auch da gewesen. Was war mit Kaiserslautern los? Sie bemühten sich, aber sie waren zu glücklos. Und so kamen nur ganz wenige Chancen zustande. Und das hier von Löhmannsröben war auch nur ein Schüsschen, wenn man es etwas überspitzt darstellen möchte. Auf der anderen Seite dann auch immer wieder gute Verteidigungsaktionen der Hallenser hier gegen Löhmannsröben wieder. Und so gab es dann zehn Minuten vor dem Ende nochmal die Möglichkeit für Halle zu erhöhen. Lattenpächer in der Szene, aber es blieb dabei. Halle gewinnt gegen den ersten FC Kaiserslautern, der nicht gut aufgelegt war und wohl im Tabellenmittelfeld einfach stecken bleiben wird. Bei Oerdingen läuft es noch nicht so gut, aber jetzt ist Norbert Meier da und der konnte in der 35. Minute das 1 zu 0 von Manuel Konrad hinnehmen. Und war sicherlich sehr glücklich damit. Keine Chance für Hiller in dieser Szene aus knapp 16 Metern. Schlug der Ball ein. Sascha Mölders konnte nur vier Minuten später aber zurückschlagen. Super Tor oben rechts rein. Da war dann für René Vollard nichts mehr zu halten. Den trifft er optimal mit dem Spann. Geht noch durch die Beine eines Verteidigers durch und dann schlägt er gut ein im Netz. Aber vor der Pause Osayamen, Osave in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Dieser Volley sorgte am Ende auch für die Entscheidung. Die zweite Hälfte blieb Highlight arm. Und Norbert Meier kann in seinem Debüt den Dreier einfahren zu Hause. Gewinnen sie mit 2 zu 1 gegen den TSV 1860 München. Der FC Energie Cottbus spielt gegen die Würzburger Kickers. Und das ist nicht unbedingt eine einfache Aufgabe im Stadion der Freundschaft. Nachdem sie verloren hatten gegen wen, sollte es jetzt zu Hause besser werden. Und Rangelow hatte auch die erste Möglichkeit. Sechste Spielminute. Tuschiert aber nur das Außennetz dieser Ball. Und Glück in dieser Phase, dass es noch 0 zu 0 stand für die Würzburger Kickers. Die kamen dann nach einer knappen Viertelstunde mal nach vorne. Kurzweg mit der Flanke. Matu Wieler kann es sich richtig klären. Dann ist Schneider erstmal dazwischen. Dave Gnase. Der hat einen guten Abschluss. Testet hier Spahic. Der hält den Ball. Aber ohne Probleme fest. Sie blieben aber dran, weil Stadzev sich hier einen Fehler erlaubte. Baumann. Trifft aber nur das Gestänge des Tores. Schöner Schuss mit dem linken Fuß. Geht knapp vorbei. Spahic wäre wohl auch nicht mehr dran gekommen. Das war wirklich haarscharf. Zweiter Durchgang dann. Gute Freistoßmöglichkeit für Energie Cottbus aus dem linken Halbfeld. Rangelow tritt ihn rein. Knechtel kommt mit dem Kopf ran. Aber deutlich zu wenig Druck dahinter. Zickert fängt dann im Mittelfeld die Pille ab. Und Rangelow hat den Ball. Broschinski heute wieder in der Sturmspitze aufgestellt. Rangelow hat die Zeit, die Übersicht und der Schuss. Naja, da fehlt es dann dran. Kein Problem, den einfach festzuhalten. Noch knapp 20 Minuten auf der Uhr. Dann auch wieder Würzburg aktiver. Gnases, Galatidis, Torschütze gegen VfR allen gewesen. Dave Gnase hat dann den Abschluss. Versucht es immer wieder aus der zweiten Reihe. Aber Spahic war aufmerksam. 10 Minuten dann noch auf der Uhr. Letzte Möglichkeit in diesem Spiel. Zickert kann es nicht klären. Bachmann, Gnases, Galatidis nochmal. Aber Spahic hält das 0 zu 0 fest. Am Ende werden beide Teams damit leben müssen. Aber so richtig zufrieden ist keiner von beiden. Ein Punkt, der aber sicherlich für beide zumindest etwas am Ende den Trost spenden kann. Rostock verlor zuletzt 2 zu 0 gegen WN Wiesbaden. In der zehnten Minute konnten sie aber das 1 zu 0 erzielen durch Mervini Biancardi, der hier aus Spitzenwinkel Königshofer überwinden konnte. Schwabel kam nicht mehr dran und dann ist Königshofer etwas zu spät. Aber Stefan Schimmer in der 81. Spielminute völlig frei. Aus knapp 10 Metern lässt da Johannes Gelios hier keine Chance. Das 1 zu 1. Am Ende auch das Endresultat, das über die 90 Minuten hinweg gesehen auch so in Ordnung geht. Haching und Rostock trennen sich 1 zu 1. Fortuna Köln konnte gut starten gegen den FSV Zwickau. Benjamin Pintol erfüllte ein Konter am Ende mit einem Treffer. Brinkis aus der Distanz kann er nicht mehr reagieren und lässt sich das auch ansehen. Da kann er gar nicht mehr rechtzeitig an den Ball kommen. Aber Kevin Hoffmann konnte in der 35. Spielminute das Ganze dann ausgleichen. Das verdiente Resultat dann auch zur Pause lässt hier in dem Fall Rehnen keine Chance. Und in der 56. Spielminute Doppelpack von Kevin Hoffmann. Der erwischt den richtig guten Tag. Tunnelt da, Rehnen sieht nicht ganz glücklich aus. Und am Ende gewinnt der FSV Zwickau. Verdient über die 90 Minuten hinweg gesehen mit 2 zu 1 in Köln. Der FC Kaltreis Jena musste gegen Karlsruhe schon in der 15. Spielminute das 0 zu 1 hinnehmen. Da war es Burak Shamulu, der Verteidiger, mal vorne unterwegs, der den Treffer ins Kurzeck erzielen konnte. Kurskauer kommt nicht mehr ran. Anton Fink in der 22. Minute mit dem 2 zu 0. Aus extrem spitzen Winkel kriegt er den noch über die leere Torlinie hinweggezogen. Und es ging für Jena wirklich jetzt dahin. Denn das 0 zu 3 folgte in der 43. Spielminute. Anton Fink muss den Ball nur noch über die leere Linie schlagen. Macht das hier auch ohne Probleme. Im zweiten Durchgang stabilisierten sich die Gastgeber. Dann Janis Kübler konnte hier in der 57. Spielminute in einer unübersichtlichen Situation das 1 zu 3 erzielen. Das war aber auch das Endresultat. Karlsruhe gewinnt weiter mit 3 zu 1 gegen Jena. Der VfR Aalen musste den Last-Minute-Schock gegen Würzburg wegstecken. Und das konnten sie auch. Das Tor des Tages erzielte hier Lukas Schnellbacher in der 31. Spielminute nach Vorlage von Matthias Morris. Schwieriges Spiel für Braunschweig gegen Wien-Wiesbaden. Und die starteten auch besser hier die Gäste. Florian Hansch in der 37. Spielminute erzielte er hier gegen Jasmin Fejic. Das 1 zu 0 kommt da nicht mehr ran. Der Routinier und musste dann hinter sich greifen. Leandro Putaro konnte wiederum in der 58. Spielminute ausgleichen. Den verwandelt er unten rechts. Ist nicht komplett gut platziert, aber trotzdem auch relativ schwer auf nassem Untergrund den dann zu halten. Es wurde spannend am Ende und Braunschweig bekam einen Strafstoß zugesprochen. Und Philipp Hofmann nahm sich der Sache 10 Minuten vor dem Ende an. Er zielte das 2 zu 1. Das war auch das Endresultat. Braunschweig gewinnt zum 4. Mal in Serie. Und bekommt damit immer wieder mehr Luft im Abstiegskampf. Die Sportfreunde Lotte empfing Preußen Münster am Montagabend zum Abschluss dieses Spieltages. Und die Gastgeber starteten ganz gut rein mit dem Selbstvertrauen des 1 zu 0 gegen Großasbach im Rücken. Schato hatte die erste Möglichkeit und testet hier Schnitt da in der 19. Spielminute das erste Mal wirklich. Das war gar nicht schlecht rausgespielt. Schön zurückgelegt und dann der Ball ins kurze Eck, der dann von Schnitzler eben gehalten werden kann. Der anschließende Eckstoß führte dann zu dieser Situation. Flanke von der linken Seite und Adam Strait ist vorne geblieben nach diesem Eckstoß. Zweites Saisontor für den Innenverteidiger. Der Kanadier köpft das Ding dann ohne große Probleme noch ein. Fünf Minuten noch bis zur Pause und weiterhin die Sportfreunde die bessere Mannschaft. Flanke, die von Hoffmann nicht richtig geklärt werden kann. Wendel macht es dann nochmal scharf. Gerrit Wegkamp in die Mitte. Braun kann es nicht klären und Superparade von Schnitzler gegen Wendel. Vor der Pause dann auch nochmal die Gäste. Akono schickt hier Dadaschow und da muss sich Kroll dann beweisen in der dritten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Mit etwas Glück hätte es hier schon das 1 zu 1 sein können. Der wäre eventuell aber auch an den Außenpfosten geprallt. Der zweite Durchgang braucht er dann ein bisschen. Wir sind schon 20 Minuten dabei. Karweiner legt den Ball in die Mitte und Wendel hat wieder Pech. Diesmal trifft er nur die Latte. Hoffmann kann es dann klären. Fast das 2 zu 0 für die Sportfreunde. Und Preußen Münster tat sich schwer. Kobi Lansky legt den Ball zu Außenseite. Da ist Mäh nicht, aber die Franke missglückt völlig. Da ärgert er sich zu Recht. Das war kein guter Auftritt der Preußen, die noch zuletzt stark gegen Kaiserslautern mit 2 zu 0 gewinnen konnten. Stattdessen nochmal Lotte, Österhellweg und Wegkamp mit dem 1 zu 0 nicht zufrieden. Scheiben er erzielt das zweite 81. Spielminute, sein drittes Saisontor. Und das war dann logischerweise auch die Entscheidung. Die Sportfreunde Lotte gewinnt zum Abschluss dieses Spieltages gegen Preußen Münster mit 2 zu 0 straight. Und Wegkamp waren die Torschützen ins Glück. Das war es dann auch wieder mit der Prognose. Ich hoffe, wie immer es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und Tschüss.